This video is part of the way movement, a career path in video, sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Caminero. Heute präsentiere ich euch das Spiel Company of Heroes. Company of Heroes ist nämlich mein absolutes Lieblingsspiel. Und ich dachte mir, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gespielt und ich zocke es jetzt einfach mal wieder. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich genügend Leute hier rekrutiere. Ja, Company of Heroes, habe ich gehört, soll angeblich ein neuer Teil rauskommen. Ob der dieses Jahr noch kommt, mag ich zu bezweifeln, aber ja, man weiß es ja nie. So, jetzt muss ich erstmal Stachel gerade irgendwie ziehen. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch richtig alles kann. Den ziehen wir jetzt mal da lang. So, die bauen. Schon mal im Bunker. Jetzt muss ich mal schauen, sind meine Kameraden da schon umdorten. Da ist keiner raufgelaufen, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich muss nämlich schauen, dass ich die Insel da auf der rechten Seite gleich... ...erobere. So, bauen wir gleich hier noch einen Bunker hier. Wir müssen einen Bunker bauen. Jetzt muss ich mal schauen, weil der Feind kommt nämlich von da oben. Nicht, dass der mich jetzt da überraschen wird. Sehr schön. Sollen wir irgendwas bauen? Oh, das ist ganz schlecht. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Da war ich zu langsam jetzt, weil ich wollte nämlich eigentlich die Insel hier einnehmen. Sollen wir irgendwas bauen? Wir müssen einen Bunker bauen. Jawohl, wird gemacht. Ist so gut wie erledigt. Oh, wo ist das lang her, dass ich das hier gespielt habe? Das verspreche ich mir schon. Vor lauter Aufregung. Ist schon so lang her, dass ich das gezockt habe. Wahnsinn. Baue ich jetzt noch einen hier. Sicher ist sicher. Die Feindlinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Okay. Konstruktion abgeschlossen. Kämpft später. Zuerst müssen wir bauen. So, jetzt muss ich schauen. Ich brauche unbedingt MG-Schützen. Der Bunker kann bemannt werden. Pioniertrupp bereit. Setzt euch in Bewegung. Pioniere hier. Ja. 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 Wir müssen einen Bunker bauen. Das war's. Der Stacheldraht ist verlegt. Sollen wir irgendwas bauen? Jetzt setzen wir da auch noch einen Bunker hin. Wir haben einen Baubefehl erhalten. Ich sichere mal erst hinten ab, bevor der Feind dann tatsächlich kommt. Und weiß ja nie. So, jetzt habe ich hier schon MG-Schützen. Begeben wir uns in Position. Jawohl, wird gemacht. Macht schon. Jawohl, wird gemacht. Was wollen Sie denn? Pioniere rücken aus. Pioniertrupp bereit. Los. Jawohl, wird gemacht. Wir hatten uns auf den Weg. Wir brauchen Panzerabwehrmaßnahmen. Da geht schon voll zur Sache da oben. Ja, die müssen die... Ich muss nachher hier die Brücke sprengen, damit die hier nicht mehr drüber kommen. So, hier ist auf jeden Fall mal alles abgesichert. Also hier kommen die nicht durch. Da setze ich jetzt gleich noch MG-Schützen hin. Mir nach, Männer. Wo sollen wir hin? Mir nach, Männer. Mir nach, Männer. Jawohl, wird gemacht. Jawohl, los, Bewegung. Beginnen wir mit dem Baum. Schauen wir mal, wie weit die hier oben sind. Schauen wir mal, der kommt jetzt hier nicht mehr raus. Das ist schlecht. Ist egal, dann lasse ich den drinnen. Der hat sich jetzt selber eingebaut. Da kann ich aber nichts machen dagegen. So, hier ist auf jeden Fall mal alles abgesichert. Das passt alles wunderbar. Da kommt keiner durch. Jawohl, wird gemacht. Jawohl, los, Bewegung. Also ich muss sagen, das ist wirklich eins der besten Strategiespiele, wo es überhaupt gibt. Also ich finde das immer noch fantastisch, das Spiel. So, jetzt baue ich da noch mal einen Bunker hin und dann ist die Sache hier mit der Insel erledigt. Wir wissen einen Bunker, echt. Pioniere, rücken aus. Jetzt hätte er fast den Bunker falsch baut. Beginnen wir mit dem Baum. Pioniere hier. Macht schon. Wir machen uns auf den Weg. Macht schon. Kaufen Sie Bunker. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man den einreißen tut hier. Ist egal, dann baue ich da oben einen Bunker hin. Die kommen da eh nicht mehr drüber. Brauchen Sie Bunker? Ist egal. Ist egal. Pioniere hier. Der Feind ist in der Nähe. Haltet die Augen offen. Pionier-Trupp bereit. Bunker-Verteidigung fertiggestellt. Wir müssen einen Bunker errichten. Jetzt erwarten Status erreicht. Warum bauen die jetzt da auch noch? Mein Gott. So, dann. Ist so gut wie erledigt. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Was wollen Sie? Beginnen wir mit dem Baum. Der Bunker kann ein Mann werden. Sollen wir irgendwas bauen? Den Bunker hätte ich gar nicht gebraucht. Nein, ist egal. Wir haben ein Befehl zum Bauern. Veteran-Status erreicht. Was ist das? Die Defensivpropaganda ist bereit für den Einsatz. Euer Vaterland und eure Kameraden erwarten von euch, dass ihr euer Bestes geht. Befestigungsdirektiven sind nun aktiv. Möge der Adler des Reichs für uns das Schlachtfeld erkunden. Steht nicht mal zu 50 Prozent. Ah, da brauche ich mehr Leute, mehr Punkte. Das dauert noch ein bisschen. Gehen wir über die linke Seite! Sollen wir irgendwas bauen? Ich würde gerne wissen, warum der Panzer jetzt hier rüber holt. Bringt überhaupt nichts. Verstehe ich nicht. Typisch Computer. PC. Im Namen des Oberkommandos verleihe ich Ihnen hiermit das eiserne Kreuz. Dankeschön. Ja, die Brücke muss zerstört werden. Das macht leider der Computer nicht. Die muss ich noch zerstören, weil die kommen hier immer wieder rüber. Ah, ist auch nicht schlecht. Hat er sich hierher gestellt. Ist auch nicht schlecht. Kettenfahrzeug bereit. Jetzt muss ich schauen, wo mein Kettenfahrzeug ist. Da ist es. Kettenfahrzeug Ende. Jawohl. Transporter in Bewegung. Jetzt muss ich mal schauen, da werden sich wahrscheinlich wieder die Fahrzeuge stapeln. Ah, meine Kompagnons greifen schon das eindliche Lager an. Hier Kettenfahrzeug. Ich höre. Kettenfahrzeug nimmt Fahrt auf. Die Feiglinge greifen unseren Flurgelader mit Schiffspunkt an. Hier. Hier. Kettenfahrzeug. Hier, schwerer Aufklärer! Jawohl! Ich mach dir alles klar. Mg-Trupp, mir nach! Mg bereit! Abbau und Stellung verlagern! Raketen bereit! Mg bereit! Abbau und Stellung verlagern! Bereits zum Einsatz! Schneller! Du fährst ja wie meine Mutter! Jetzt muss ich schauen, ich muss unbedingt die Brücke da oben zerstören. Weil ich jetzt mal um meine Raketenwerfer, so wie man die nennt, mal hinfahren. Ja, Kettenfahrzeug bereit! Schneller! Vollgas! Kettenfahrzeug erwartet Befehle! Transporter in Bewegung! Kettenfahrzeug fährt los! Kettenfahrzeug fährt los! Bereits zum Einsatz! Schwerer Aufklärer wechseln Position! So, jetzt schauen wir mal, dass wir die Brücke hier zerstören. Das war nichts. Schwerer Aufklärer, wechselt Position. Erwarte Befehle. Transporter in Bewegung. Bereit zum Einsatz. Kettenfahrzeug mit Fahrt auf. Schießt, was das Zeug hält. Oh, halt. Jetzt soweit eh nervöser. Der Ami ist hinüber. Raketen bereit. Die haben wir gut erwischt, ne? Ich höre! Kippt sie nieder! Ich muss das Teil hier vernichten, damit ich die Fahne erobern kann, weil sonst kann ich meine Fahrzeuge hier nicht aufrüsten. Ziel vernichten. Sehr gut. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Sonst kommen die Gegner immer wieder hier rüber. Ich höre! Kettenfahrzeug ist in Bewegung! Jetzt ist sie verrückt, super. Jetzt kann man vorfahren. Das ist super. Können wir absichern mit dem MG-Schützen. Die können wir auch gleich nachziehen. Die können wir auch gleich nachziehen. Halt! Das wollte ich noch nicht. Stopp! Sofort! Raketenfahrzeug entsetzt diese Kiste in Bewegung! Erwarte Befehle. Panzer Marsch! Jawohl! Sofort! Wenn jetzt zwar ein paar Leute von mir drauf gehen, aber kann ich auch nichts machen. Das Ding muss weg. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. So. Bereit zum Einsatz! Transporter in Bewegung! Erwarte Befehle. Das dürfte ich dagegen eh schon verloren haben jetzt. Bewegung! Bereit zum Einsatz! Kettenfahrzeug fährt los! Jawohl! Jawohl! Wir müssen los! Ja! Kettenfahrzeug bereit! Ja! Kettenfahrzeug bereit! Kannst du etwa nicht schneller fahren, Klaus? Erwarte Befehle. Kettenfahrzeug fährt los! Ich höre! Ich höre! Bekämpfe Ziel! Raketen bereit! Ja! Kettenfahrzeug bereit! Schießt was das Zeug hält! Ich habe den Weg mit der Stützpunkt an. Ich habe ihn mit der Stützpunkt an. Kettenfahrzeug fertig! Wir sind mit der Stützpunkt an. Wie ist der Stützpunkt an? sofort erwarte befehle jawohl 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 erteilt ihnen eine lektion wir können jetzt unsere schweren flak batterien einsetzen die verteidigungs artillerie wurde ihrem kommando unterstellt amerikanische einheit vernichtet sie haben gut gekämpft kettenfahrzeug ende schneller vollgas ich höre schießt was das zeug hält die hundi bauen da schon wieder auf aber schon wieder zerstört hier schwere aufklärer hätten fahrzeug fährt los kettenfahrzeug enden fahrzeug wechselposition ja das war dann rüst mit dem neuen rauf transporter in bewegung hier schwere aufklärer erwarte befehle jawohl das ist halt das problem beim pc da kommt hier nicht richtig über die brücke das ist ähm naja ja kettenfahrzeug bereit bereit zum einsatz neu gruppieren ja kettenfahrzeug bereit kettenfahrzeug ende tempe die 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 Jawohl. Ich muss jetzt nur die Häuser hier noch, die Haupthäuser, die Hauptquartiere zerstören und dann sind sie weg. Aber die versuchen immer wieder Gebäude aufzustellen, das sind auch Runde. Schauen wir mal, was meine Kameraden hier machen. Okay, das ist gleich vorbei. Ich greife jetzt mal gleich das Obthaus da hinten runter. Er teilt Ihnen eine Lektion! Fähn Sie! Sieht die Lektion! Also geht es wieder. Wir haben die Lektion! Wenn Sie unsere Erweiss nicht haben, war Sie nicht mal. Ich geh einfach mal von mir und Pionier rüber, vielleicht funktioniert das dann. Ich höre! Jawohl! Ziel vernichtet! Ich höre! Kettenfahrzeug erwartet Befehle! Bekämpfe zielen! Bekämpfe zielen! Teile! Bekämpfe zielen! Was? Kettenfahrzeug erwartet Befehle! Jawohl! Wir haben eine Einheit verloren. Oh, da sind meine Pioniere drauf gegangen. Feindliche E-Loterie aufgerieben! So, jetzt kann ich bombardieren. Das ist super. Unsere schweren Raketenbatterien bitten um Zielkoordinaten. Jetzt gibt es nicht den Einschlag. Das Haus ist noch zerstörend und da weiß es. Jetzt warte ich noch. Jetzt schieße ich mit allem, was ich habe. So, jetzt nicht. Bekämpfe Ziel! Das gibt jetzt krass, das gibt jetzt einen bösen Einschlag. Ich hoffe euch hat es Spaß gemacht mir zuzusehen. Es war diesmal ein langes Gameplay. Wie ihr bemerkt habt, habe ich auch nicht so viel gesprochen. Ich war ziemlich abgelenkt. Es ist wirklich, man muss sich konzentrieren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Ich antworte sehr gern. Ihr könnt mich auch gern auf YouTube abonnieren. Würde ich mich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Caminero. Ciao Leute!